Herzlich willkommen bei ARIA DVD und diesem Testbericht über die Alphalux Motorleinwand. Beginnen wir direkt mit der Verarbeitung. Die Leinwand kommt in einem Leinwandkasten mit weiß-matter Pulverbeschichtung, welcher insgesamt solide und wertig verarbeitet ist. Alphalux versteht sich dabei als Manufaktur und kann durch Eigenfertigung viele Aspekte für den Kunden individualisieren. Für 159 Euro Aufpreis gibt es zum Beispiel die Möglichkeit eine beliebige Ralfarbe lackieren zu lassen, für 89 Euro gibt es eine schwarze Stoffbespannung für maximale Lichtabsorption und wer will, kann seine Leinwand auch mit Metallic- oder Hochglanzfarben veredeln lassen. Die seitlichen Abdeckkappen bestehen aus grauem Kunststoff und sind passgenau integriert. Im Vergleich zu anderen Leinwänden fallen hier die seitlichen Überhänge sehr klein aus, wobei auf der linken Seite sogar auch schon die komplette Funkeinheit integriert ist. Unter diesen abgeklebten Löchern befindet sich die Stellschraube zur Feineinstellung der Tuchlage, womit wir uns später noch beschäftigen. Diese Öffnung hier an der unteren Leinwandstange haben jedoch keine Funktion und könnten somit durchaus etwas schöner gestaltet sein. Die Montage erfolgt standardmäßig mit zwei dieser weißen Kunststoffhalterungen, die sowohl für Decken- als auch Wandmontage geeignet sind und einfach in die Führungsschienen der Leinwand geklipst werden. Diese Konstruktion erlaubt außerdem eine gute Feinjustierung. Für Kunden, die ihre Leinwand direkt an die Decke hängen möchten, liefert Eiffelux alternativ ohne Aufpreis auch den alten Leinwandkasten mit seitlicher Befestigung. Die Leinwand kommt komplett anschlussfertig zum Anwender nach Hause und verfügt über ein 2,5 Meter langes Kabel. Die Fernbedienung gibt mit ihren drei Knöpfen für Hoch, Runter und Stopp keine Bedienungsrätsel auf. Sie lässt sich außerdem mit einer kleinen Halterung auch an der Wand befestigen. Auf Wunsch liefert der Hersteller einen Funk-Infrarot-Konverter mit und wer eine Trigger-Implementation wünscht, kann dies für 39 Euro extra nochmal dazu bestellen. In technischer Hinsicht sind es vor allem drei Aspekte, mit denen sich Alphalux vom Markt absetzen will. Erstens, die integrierten, drehmomentstarken Motoren mit 20 Newtonmeter, zweitens exakte Bremsen und drittens ein hochwertiges Tuch aus Eigenproduktion. Schauen wir uns nun die Praxisauswirkungen dieser drei Bestandteile genauer an. Das Tuch wird verhältnismäßig schnell ausgefahren und auch beim Einziehen hört sich der Motor nicht gequält an, sondern erledigt seine Aufgabe souverän. Hier sehen Sie übrigens Originalgeschwindigkeit. Im Vergleich zu anderen Produkten, speziell aus dem günstigen Preissegment, fällt außerdem die Gleichmäßigkeit des Laufes auf. Was die Bremse betrifft, wechseln wir auf eine andere Kameraposition, um die Exaktheit bei der Bedienung zu testen. Die Fernbedienung befindet sich nun direkt am Mikrofon des Camcorders, sodass Sie die Leinwandbewegungen mit dem Klickgeräusch vergleichen können. Wie Sie sehen, arbeitet die Leinwand diesbezüglich sehr exakt, was insbesondere beim Maskieren von Film von großer Wichtigkeit sein kann. Zusammen mit der Seilführung liefert die Alphalux-Leinwand eine Planlage, die für eine Motorleinwand als sehr gut zu bezeichnen ist. Selbst bei diesen Winkeln sind keine störenden Wellen zu sehen. Das Tuch basiert auf einem Glasfaser-Kohlefasergewebe. Dieses Verfahren kommt in ähnlicher Form auch bei Kinotüchern zum Tragen, hat jedoch die Eigenschaft, erst nach sechs bis acht Wochen seine endgültige Lage zu erreichen und muss daher über die Stellschrauben im Kasten sowie den Kordeln für die Seilspannung nachjustiert werden. Anschließend soll es sich durch eine permanent gleichbleibende Planlage auszeichnen, ganz im Gegensatz zu Tüchern aus PVC, die am Anfang sehr starr sind, dafür dann aber mit der Zeit etwas fällig werden können. Auf der Oberfläche kommt die Alphalux-eigene Barium HD-Beschichtung zum Einsatz, die mit einer extrem fein strukturierten Oberfläche auf maximale Schärfe sowie Farbechtheit getrimmt ist. Unser Tuch weist einen Gainfaktor von 1,0 auf, wobei Alphalux jede übliche Gainsorte ohne Aufpreis verbauen kann und dem Kunden nach Beratung in Bezug auf Projektor und Raumeigenschaften sogar eine Garantie gegen Hotspotbildung gibt. Ein ganz wesentlicher Punkt stelle er Verzicht auf gesundheitsgefährdende Weichmacher da, der leider immer noch in vielen Billigleinwänden aus China zu finden ist. Außerdem ist das Tuch in der Alphalux-Leinwand schwer entflammbar, was unverständlicherweise ebenfalls noch kein allgemein eingehaltener Standard darstellt. Unsere Leinwand hat das Format 16 zu 9, kann aber auch in anderen Seitenverhältnissen geliefert werden. Außerdem liefert Alphalux ja auch noch Multiformat-Modelle, die sich auf jedes Format einstellen lassen. Standardmäßig weist das Tuch eine Maskierung von 5 cm am unteren Rand sowie 3 cm an den Seiten auf. Beim Testmodell ist außerdem ein Vorlauf von 50 cm integriert. Der Leinwandrücken ist standardmäßig schwarz und lichtdicht, um Kontrast sowie Bildhelligkeit zu verbessern. Die Schlaufen für die Seilspannung sind bei unserem Testmodell von hinten aufgeklebt, was laut Hersteller Vorteile in Bezug auf die Planlage gegenüber einer integrierten Fixierung mitbringt. Auf Wunsch liefert Alphalux aber auch voll integrierte Schlaufen ohne Aufpreis. Werfen wir nun einen Blick auf die tatsächliche Bildqualität bei einer Projektion. Eine maßgebende Eigenschaft des verwendeten Tuches liegt in der hervorragenden Bildschärfe. Sämtliche Details werden bis auf die Pixelebene absolut sauber dargestellt. Hier kennen wir selbst in hochpreisigeren Segmenten keine besseren Produkte. Erfreulicherweise zeigt sich auch die Farbdarstellung als absolut erstklassig. Die Alphalux-Leinwand liefert brillant, klar abgestufte Farben ohne bestimmte Töne dabei selbst zu betonen. Sie ist sehr farbneutral, unerlaubt feinste Abstufungen. An der Grauttreppe demonstriert unser Testgerät nicht nur, dass es ein sattes Schwarz liefern kann, sondern auch die unterschiedlichen Luminanzen nuanciert umsetzt. Weiße Farbflächen erscheinen dabei sehr intensiv und ohne Farbstich. Auch die Farbbalance ist erstklassig geraten, was man hier im roten und grünen Bereich sieht. Diese Sequenz gibt uns ein erstes Indiz der sehr guten Planlage. Gleichzeitig fällt aber ebenfalls positiv auf, dass die Farbbereiche im Pendel klar voneinander getrennt sind und nicht überstrahlen, wie bei Leinwänden mit sogenannten Blinkern. Dies sind Partikel, die bestimmte Farben betonen, um den Eindruck einer kontrastreicheren Wiedergabe zu generieren. Dass aber selbst diese Motorleinwand keine Planlage auf dem Niveau einer Rahmenleinwand bieten kann, verdeutlicht das aktuelle Testbild, wo eine kleine Welle zu sehen ist. Diese fällt jedoch derart minimal aus, dass sie bei kompletter Betrachtung, selbst bei diesem provozierenden Testbild, fast nicht mehr zu sehen ist. Generell muss man sagen, dass die Kombination aus Tuch und der zusätzlichen Seilspannung für eine straffe Leinwandfläche sorgt, die man nur mit einem ungleich höheren Aufwand noch ebener hinbekommen kann. Zum Abschluss lasse ich hier nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Spiel Need for Speed Shift aus dem Hause Electronic Arts laufen, die ebenfalls direkt von der Leinwand abgefilmt sind. Auch hier fallen wieder die bereits genannten positiven Aspekte auf und sorgen für eine erstklassige Bildwiedergabe. Bilanzierend betrachtet gibt es an dieser Alphalux Motorleinwand nichts auszusetzen. Sie ist plattsparend gebaut, kann in vielen Punkten individualisiert werden, kommt komplett betriebsbereit und besitzt zu guter Letzt natürlich auch erstklassige Bildeigenschaften. Selbst unser 30.000 Euro SIM2 Referenzbeamer kann sich hier exzellent in Zähne setzen, ohne ausgebremst zu werden. Für all diese Qualitäten verleihen wir hiermit das Referenzprädikat. Die aufgerufenen 699 Euro sind dafür absolut angemessen und wer sparen will, kann sich das Ganze auch ohne die Seilspannung bestellen und erhält fast dieselbe gute Tuchplanlage für immerhin 200 Euro weniger.